Ah, einen wunderschönen Herbsttag wünsche ich euch bei läppischen 22 Grad und das ja mitten Ende Oktober und es ist eigentlich ein trauriges Video, aber auch gleichzeitig ein schönes Video, weil für mich geht die Saison zu Ende, also ich werde jetzt nicht mehr darauf spekulieren in November vielleicht noch ein oder zwei Tage fahren zu können, der Punkt ist ganz einfach, dass sich das dann in der Form nicht rentiert, sondern ich beende halt immer so gerne die Saison mit noch einer wunderschönen Ausfahrt sozusagen. Putz mein Motorrad dann als, wie wär's, frisch aus der Fabrik, dann wird es zugedeckt, vakuumiert, Reifen demontiert, Kette schön mit Scott-Euler-Öl eingelassen, vollgedankter Schnuckerl eingespritzt und ja, dann steht es auf seinem Plätzchen und wartet im Mai wieder herausgeholt zu werden und deshalb finde ich das auch immer für mich ganz schön und das ist so ein bisschen auch ein Ritual, dass ich schon jetzt das ein oder andere Jahr mache und zwar die letzte Ausfahrt und sind es auch nur 30, 40 Kilometer, die fahr ich allein und die genieße ich auch allein und ich blicke nochmal in die Saison zurück und denke drüber nach, was durfte ich erleben, wie schön war's, ich bin dankbar dafür und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also vielen von uns, die Motorrad fahren, denen ist das gar nicht so bewusst, was für ein Privileg das ist und die ballern halt nur herum. Und ich glaube, ich glaube, der Punkt ist ganz einfach zu sagen und ehrlich zu sein, ausgenommen Radfahrer, was, also ich darf dort nicht fahren, den Punkt zu nehmen und zu sagen, yes, that was a brilliant thing this year, das ist halt schon cool, also das ist richtig cool und wenn man dann solche Ausblicke halt feiert, ja, wie da jetzt nochmal den ein oder anderen Biker auch trifft, ein Hallöchen da lasst, das ist halt schon richtig, richtig cool und das macht richtig Laune. Ja, nicht desto trotz, jetzt geht's hier in meiner Gefühlsduselei auch ein bisschen um was Produktives. Und zwar nicht nur, dass wir hier eine wunderschöne Strecke fahren, da geht's jetzt so Richtung Semmering, ein bisschen. Nein, die, es geht auch um folgendes, was passiert jetzt eigentlich über die Weihnachtstage und, oder über Winter, das kann ich euch ganz klar beantworten. Also ich habe einige Bike-Videos noch im Betto und die wird's natürlich geben, die bin ich gerade am schneiden. Entschuldigt mir bitte, dass ich jetzt nicht jede Woche zwei Videos wieder rauskauen habe, aber ich war beruflich nur im Flieger. Es war eine Katastrophe, ich sag's euch, ich bin einfach zu alt für sowas. Also, wie ich das in jungen Jahren geliebt habe, am besten jeden Tag in einem anderen Land zu sein, das hat sich extrem verändert. Man muss aber auch eines sagen, als ich noch jünger war, ja, also wir reden hier von 16 Jahren, ja, war Fliegen auch komplett stressfreier. Jetzt ist alles so gestresst und jeder und da und manche Sachen verändern sich irgendwie überhaupt nicht. so gestresst. Und, also, naja, auf jeden Fall verbringt man ja auch viel Zeit beim Warten. Was ist denn das, bitte? Maria und Josef. Was ist? Ah, das ist so ein, ich traue mich nicht nur mit zwei Rädern zu fahren, Teil. Oder? Ja, natürlich. Mein Gott, na ist das behindert. Entschuldigung. Also, für alle, die das jetzt vielleicht fahren. Ui, der rutschelt's. Ähm, nicht beleidigt sein, bitte. Ja, also, ich weiß, das ist abwertend und das soll man nicht tun, aber, ja. Jeden das, was er gefällt. Also, ich entschuldige mich und werde das auch nicht aus dem Video rausschneiden. Oh ja, ich schneide das aus dem Video raus. Die, also, im Endeffekt werden viele Videos kommen. Was passiert im Winter? Im Winter ist es so, ich habe mir jetzt endlich mein, mein Plätzchen fertig gemacht. Und zwar möchte ich eine andere Art von Videos auch produzieren. Das heißt, einerseits möchte ich auf gewisse Videos eingehen, oder wie es in diesen Fachkreisen heißt, Reaction-Videos. Ähm, andererseits möchte ich auch so ein bisschen Motorradwelt, was so zu tun ist. Und was auch ganz wichtig ist. Oh, es ist ganz schön rutschig. Was, was auch wichtig ist, ähm, ich möchte auch irgendwie so einen neuen Schwung in den Kanal hineinbringen, was einfach bedeutet, ja Gott und die Welt, ja. Und ich habe einfach so viel erlebt dieses Jahr, dass ein, zwei, drei, acht Freunde gemeint haben, Hey, bitte, mach da raus ein Kabarett, hey. Anscheinend dürfte das ganz lustig sein. Aber, tja, ich bin halt irgendwie schon ein sehr strukturierter Mensch, aber ich bin auch komplett, weiß ich nicht. Also, mir passieren Sachen, die passieren keinen anderen. Und da möchte ich auch ganz einfach so die ein oder andere Minute verlieren vielleicht. Und natürlich hauptsächlich Motorrad, was wird kommen 2024, da möchte ich mir auch irgendwie was überlegen. Ähm, ja, allerhand, ja. Also Kochvideos werden auf den Kanal keine kommen, ne, über Winter. Das ist mir zu anstrengend. Ja, was, was, was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Eigentlich nichts. Ich brauche das Video nicht großartig in die Länge ziehen. Also, im Endeffekt ist das mein Abschlussvideo. Oder, wie man so schön sagt, mein letztes Video, wo ich einen Motorvlog auf dem Motorrad mache. Und ab dann müsst ihr wieder mit meiner, mit mein Gefries, oh, really? Ab dann müsst ihr wieder mit meiner Fresse vornehmen. Sofern ich das wollte. Ihr könnt das ja natürlich wegklicken. Vielleicht das Hörbuch oder so. Das wäre doch lustig. Tja. Damit, was, was kann ich noch sagen über die KTM? Eigentlich gar nichts, weil davor gab es ja ein Video so oder so, wo ich genau drauf eingehe, was Sache ist auf der KTM. Ähm, ja, was ich euch erzählen kann ist Sardinien. Sardinien ist sozusagen schon fertig geplant. Wir gehen anscheinend diesmal in die andere Richtung. Letztes Mal waren wir ja direkt am Strand und haben festgestellt, das ist zwar cool, am Ende, dass man, dass man hier, dass man am Meer ist. Also man kommt heim vom Balken, haut sich ins Meer. Also das ist schon richtig cool. Aber, was gar nicht cool ist, ist es aus der City rauszukommen und dorthin, wo man als Motorradfahrer will. Und das frisst dich auf. Also ganz ehrlich, das ist abnormal krass. weil du halt bei 35 Grad oder 30 Grad einfach, äh, Alter, schaut euch das an. Ist das eine geile Strecke während dem Motoflog oder ist es nicht? Das ist doch Wahnsinn, wie geil das ist. Dieses KTM Orange. Das ist doch herrlich, es ist so kalt irgendwie. Es hat nur mehr 16 Grad hier. Und man gleitet so mit der Kappel herum. Naja. Und genau, das ist eben dieses Problem, was man hat. Nämmerlich, dass man immer raus muss und, und eben, also ich sag's euch, das zermürbt euch, wenn ihr jedes Mal, ähm, dann, äh, kommt eh niemand ganz auf, oh ja doch. Ganz auf geschmeidig da hoch. Ohne viel Körpereinsatz. Ähm, genau. Und deshalb machen wir es diesmal so. Wir wohnen oben. Also eigentlich weg vom Meer. Meer in der Mitte. Und von dort einfach sternförmig auszufahren. Gleichzeitig ist das Meer aber nur, ich sag jetzt einmal so fünf, sechs Kilometer entfernt. Und das ist natürlich super, super lässig. Ja, die macht Fotos. Hahaha. Das ist ja echt cool. Ähm. Gleichzeitig. Nackerpatzel. Ähm. Gleichzeitig kann man eben dann mit dem Motorrad ja voll lässig, also wir sind ja auch mit dem Auto dort. Ähm. Aber das wissen wir noch nicht. Dazu komme ich gleich. Die, das Motorrad nehmen. Und sich seine komplette Schutzkleidung anziehen und runterfahren. Oder man macht es so wie ich. Idiot. Und fahr dann ohne Schutzkleidung in kurzer Hose ans Meer. Ähm. Das wir eventuell sogar selbst anreisen diesmal. Also wir reisen immer selbst an, aber ich meine mit, mit der Motorrad. Ähm. Warum das? Und zwar aus jenen Grund, weil wir gesagt haben, also Punkt A, mein Freund, der die Kawasaki gefahren hat, der kauft sich auch dieses Motorrad. Nein. Er hat es sich gekauft. Hahaha. Ähm. Also es hat ihm ziemlich getaugt und er hat einfach zugeschlagen. Und es gab auch eine Aktion und voll cool. Also finde ich voll geil. Weil ich freue mich irrsinnig darauf, ähm, mit ihm, mit dem selben Motorrad herumzufahren. Also das, das wird richtig lässig. Auf jeden Fall, ähm, haben wir uns dann eben überlegt, eigentlich wäre es ja cool, im Mai auf eigener Achse nach Sardinien zu fahren, mit dem Koffer hinten drauf und einfach Abenteuer-Action zu machen. Ja, aber wie das Leben oft so. Was ist denn das für eine Villa? Lecker, mir, Busterkuchen, Deluxe, oder? Ja, genau. Ja, nein, natürlich. Ja, Vater Maria, ey. Das ist ja... Naja, cool, cool, cool. Und das Meister ist... Und ja, wir sind halt schon wieder so... Ja, aber dann können wir nicht alles mitnehmen. Man, jetzt fliege ich gleich um her, sag ich euch. Ähm... Und dann habe ich gesagt, jetzt scheiß doch drauf. Das ist so vollkommen wurscht. Ähm, wir haben, wir haben die Koffer, wir haben alles mit. Wir gehen einfach einkaufen auf Chillic oder betreiben einfach... Das ist übrigens das coolste Krankenhaus mit der geilsten Aussicht. Also, in den Grätzl. Weil das ist ein Krankenhaus. Und das ist die Aussicht. What the fuck? Das ist... Da wirst du doch von selbst gesund. Ähm... Tja, auf jeden Fall... Äh... Wissen wir noch nicht. Ich würde das irrsinnig gern wieder machen. Weil ich fand das damals auch voll lässig. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Erstens erlebt man was mit dem Motorrad. Zweitens fährt man ja eine Adventurebike. Und drittens... Ähm... Macht das... Macht das voll Laune. Ja. Also... Man fährt dann ein bisschen Südtirol herum. Dann runter. Dann Monefenko. Und was weiß ich. Oder... Fahrt dann bei... Venedig vorbei. Und so. Also es ist ganz cool, ja. Aber ja. Also das... Das so der Plan dann für... Für Mai. Gut. Ich glaube das Video ist so und so mehr als... Mehr als genug lang. Und ich würde da jetzt noch... Die... Straße dauert noch 1,8 Kilometer. Wisst ihr was? Die fahren wir jetzt fertig. Einfach das Abschlussvideo Deluxe. Mit so einer geilen Strecke. Postet mal in die Kommentare. Wir haben ja jetzt genug Zeit. Punkt A. Ist für euch die Saison schon vorbei? Punkt B. Wie war eure Saison? War sie geil? Habt ihr genug erlebt? Ähm... Steht vielleicht sogar ein neues Motorrad an? Also mich würde wirklich mal interessieren. So eure... Eure... Ansätze für das nächste Jahr. Was ihr so vorhabt. Vielleicht lasst sie ja komplett das Motorrad fahren. Was ich mir nicht wünschen würde. Weil... Es wäre... Schaut euch den Blick. Oh mein Gott. Da könnte ich ja glatt... Ja. Ich sag's nicht. Die... Ja. Eure Impulse. Also ich würde mich voll freuen, wenn wir da ein bisschen was... Ein bisschen plaudern darüber. Würde mich wirklich interessieren, was da bei euch so ansteht. Für mich ist es klar, die Maschine nächste Saison auf jeden Fall noch zu fahren. Außer es passiert irgendwie ganz komisch Stranges, was ich aber nicht glaube. Und... Und... Dann... Ja... Dann mit... Und das ist ja dieser geile Gedanke... Mit Sardinien... In die Saison zu starten. Also da sehe ich mich ja ganz, ganz stark. Wie geil muss das sein, wenn man... In Sardinien faktisch die Saison eröffnet und dann voll eingefahren schon ist. Für Österreich. Und gleich am Brezen hinlegt, weil man sich denkt... Oh, die Straßen sind so geil wie in Sardinien. Oh, ich kann genauso fahren. Also... Ich würde sagen, ich bedanke mich für dieses Jahr bei euch. Für diese Saison bei euch. Ich habe extrem viel Zuwachs bekommen. Ihr habt mich extrem gefördert. Das, was wirklich super cool war. Und ganz wichtig... Wo muss ich eigentlich hin? Ah... Wollen wir da hin? Tuck, 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 tuck. Boah. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Auch dass wirklich die Community, die da steckt. Und wir reden ja doch jetzt von mehr als 2000 Leuten. Das scheint vielleicht auf einem YouTube-Kanal nicht wirklich viel. Für mich ist es aber schon viel, weil mir geht es hier nicht ums Geld. Mir geht es darum, dass es mir Freude macht, dass ich den ein oder anderen kennenlerne, dass man über Motorrad redet. Das ist eigentlich meine Ambition bei diesem Kanal. Und ab und zu mal ein verrücktes Video raushauen. Und dafür möchte ich mich bedanken. Gibt es von mir ganz klar ein Gefällt mir. Natürlich, wenn mehr Leute dazu stoßen möchten, weil es ihnen taugt, freue ich mich. Und damit sage ich Danke, Danke, Danke. Und euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Den Winter werden wir zusammen perfekt meistern. Das sei euch versprochen. Und... C'est la vie! Euer Seven. Ciao, grüß euch! Ah, grüß euch! Wenn du nicht, du schnellst mich. Du bist da, du? Du hast. Du bist dich. Kommst ra, du bist. Du bist. Wollt!